Wenn man in Deutschland sagt, das war nicht schlecht, würde man in den USA sagen, that was awesome. Also da verschiebt sich halt einfach so ein bisschen diese Übersetzung. Und das muss man kulturell für sich mit übersetzen. Man kann nicht sprachlich alles eins zu eins übersetzen. Und natürlich gibt es immer noch die paar Amis, die mir auch too much sind. Es ist eben nur so, dass ich gelernt habe, nicht jeder, der fake wirkt auf einen Deutschen, ist eben fake. Das ist einfach hier die Kultur. L.A. zum Beispiel ist auf jeden Fall anders, als viele Leute sich das vorstellen, würde ich jetzt mal sagen. Inwiefern? Es ist sehr dreckig, sehr viel Armut. Man muss da wahnsinnig weite Wege immer zurücklegen. Da braucht man am besten ein Auto oder man muss halt irgendwie die ganze Zeit mit dem Bus fahren oder so, was halt auch nicht so normal ist. Busfahren allgemein in den USA hat eher immer so eine Armutskonnotation. Also es hat schon gar nicht so viel Glamour eigentlich. Wie reist du? Das möchten wir in diesem Podcast rausfinden. Hi, ich bin Julia. Ich bin Redakteurin beim Online-Magazin Reisereporter. Und ich nehme euch mit auf spannende Abenteuer rund um die Welt. Dafür spreche ich mit Reisenden über ihre bewegendsten Reiseerfahrungen. Wir schauen uns verschiedene Reiseziele genauer an und lernen die unterschiedlichsten Wege kennen, die vielen schönen Ecken unserer Erde zu erkunden. In dieser Folge schauen wir uns keine bestimmte Reiseform genauer an, sondern ein sehr beliebtes Reiseziel, das bestimmt bei vielen von euch auf der Bucketlist steht, möchte ich wetten. Wir reisen heute zusammen in die USA zu meinem Gast Feli from Germany. So nennt sich Feli aus München zumindest auf YouTube, wo sie mittlerweile über einer halben Million Menschen die größten kulturellen Unterschiede zeigt zwischen ihrer Heimat Deutschland und ihrem derzeitigen Zuhause, den USA. Feli und ich sprechen darüber, wie es ist, über 7000 Kilometer entfernt von der eigenen Familie zu leben, was die USA an sich haben, dass Feli so fasziniert hat, dass sie sogar ausgewandert ist. Feli gibt Tipps für alle, die auch vom Auswandern träumen und sie erzählt uns ganz viel über die USA. Welche Reiseziele sind total überbewertet, welche Ecken dürfen wir auf keinen Fall verpassen und auf welche kulturellen Unterschiede müssen wir uns in unserem Urlaub oder auf unserer Langzeitreise einstellen. Das alles erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß an euch und an dich, liebe Feli. Hi, schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Bei uns neigt sich der Tag schon ein bisschen zu Ende. Es ist dunkel bei mir. Du bist, glaube ich, gerade mittendrin, oder? Wie spät ist es bei dir? Ja, bei mir ist es gerade viertel nach drei nachmittags. Sehr schön. Und wo erwische ich dich? Im Hintergrund sehe ich ganz viel Technik stehen. Du bist perfekt ausgeleuchtet, die YouTuberin. Das ist tatsächlich nur mein Fenster hier. Also das kann auch sein, dass sich das noch ändert. Hinter mir sieht man ein Greenscreen. So eine Softbox. Also ja, ist quasi mein Büro-Slash-Aufnahmestudio. In deinem eigenen Haus. Das finde ich diese ganz verrückte Info, die ich mitbekommen habe über Instagram, dass du einfach mal in so jungen Jahren dir ein Haus gekauft hast, was aber in den USA ja gar nicht so unüblich ist. Das ist einer dieser kulturellen Unterschiede. Hätte die 16-jährige Feli das gedacht, dass du mal auswanderst und so, wie du jetzt lebst, mit eigenem Haus in den USA lebst? Safe nicht. Nee. Ich habe nie gedacht, dass ich überhaupt München verlassen werde. Also ich bin ja in München geboren, aufgewachsen und bin dann halt auch da zur Uni gegangen, weil sich das einfach so ergeben hat. Ich wollte ursprünglich irgendwie mal nach Regensburg zumindest an die Uni, dass man ein bisschen rauskommt. Aber ich war wirklich die letzte Person. Also in der Schule war das ja oft so, dass die Leute dann gesagt haben, ja, wo willst du später mal leben? Ich will mal nach, weiß ich nicht, Berlin ziehen, Hamburg, nach Südafrika, nach Spanien, Frankreich, was weiß ich. Und ich war immer die Person, die gesagt hat, oh mein Gott, nein. Da habe ich gleich Panik bekommen, wenn mir Leute sowas erzählt haben, weil ich war eigentlich ein totaler Schisser als Kind. Also ich war so das Kind, das ohne Mama und Papa nirgends hingehen konnte. Und als ich erwachsen geworden bin, war das halt so ein bisschen geblieben. Ich hatte nicht so diese Abenteuerlust. Ich habe dann irgendwie nach dem Abi Praktika gemacht und bin dann da so hängen geblieben. Und dann hatte ich meine Beziehung und dachte, ach, jetzt bleibe ich halt doch in München. Das ist ja eh super zum Studieren und so. Ja, und deswegen war ich da mein Leben lang und hatte auch nie wirklich vor, irgendwie weiter als vielleicht mal nach Hamburg zu ziehen oder so. Halt an die andere Medienstadt in Deutschland. Das hat ja gut funktioniert. Genau, jetzt bin ich aber am Ende der Welt quasi. Und damit hätte weder ich noch irgendwer in meiner Familie, glaube ich, jemals gerechnet. Wie lange genau bist du jetzt schon in den USA? Ist das auch schon eine ordentliche Ecke, oder? Ja, so sieben Jahre ist es immer ein bisschen schwierig, weil die ersten zwei Jahre war es halt so on and off. Da war ich immer halt so ein halbes Jahr hier, dann ein halbes Jahr wieder in Deutschland. Das war dann alles irgendwie so übergangsmäßig. Aber ja, so permanent seit 2018, also auch schon jetzt dann fast sechs Jahre, fünfeinhalb. Grob überschlagen. Ich habe vorhin schon mal versucht, dich vorzustellen. Du kannst das natürlich viel besser. Wenn du in den USA jemandem begegnest und du stellst dich vor und derjenige sagt, du klingst amerikanisch, aber ein bisschen höre ich da einen Akzent raus. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Wie stellst du dich vor? Ja, es kommt immer auf die Personen natürlich drauf an. Aber meistens sage ich, ja, ich komme aus Deutschland und dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, was dann die Antwort ist. Weil oft sagen die Leute dann, ah ja, cool, ich bin auch deutsch. Dabei meinen die dann aber, dass halt deren Vorfahren aus Deutschland kommen, weil in den USA ja voll so dieses Identitätsding ist. Also die Leute sagen, ja, ich bin irisch. Also ich bin Irin, aber halt auf Englisch sagen, ja, I'm Irish. Und das bedeutet dann aber eigentlich nur, dass ihre Vor-Vor-Vorfahren halt aus Irland irgendwann mal gekommen sind und die in diesem DNA-Test halt 80 Prozent irisch drin stehen haben. Und das kommt dann oft erst. Also nicht immer, aber voll oft so, wenn ich sage, ja, ich komme aus Deutschland oder ich bin Deutsche. So, ja, ja, cool, ich auch. Ich auch. Nee, also ich meine, ich bin da wirklich groß geworden und so. Born and raised. Nicht nur meine Vorfahren oder nicht nur mein Nachname. Viele Leute sagen dann ja auch so, ja, ich heiße Schmidt mit Nachnamen, ich bin auch deutsch, voll cool. Das sage ich dann eigentlich meistens nur. Und dann schaue ich immer mal so, was die Leute so fragen, weil, ja, dann kommt natürlich irgendwie oft, ja, warum bist du hergekommen? Wegen am Studium, Arbeit. Und das ist dann immer bei mir so ein bisschen kompliziert. Also ich bin ja ursprünglich wegen am Studium rübergekommen, bin dann irgendwie hängen geblieben, da habe ich die Greencard-Lotterie gewonnen. Habe aber halt auch inzwischen einen amerikanischen Freund. Dann wird halt oft davon ausgegangen, dass ich irgendwie wegen ihm hier bin oder so. Und dann, je nachdem, wenn halt Leute fragen, was ich beruflich mache, dann kommt es immer so ein bisschen darauf an, was ich sage. Weil ich will immer nicht unbedingt direkt, dass dann, je nachdem was ist, dass man mich gleich im Internet direkt nachschaut oder so. Oder dass das irgendwie angeberisch klingt oder so. Weil ich halt natürlich einen YouTube-Kanal habe und das so mein Vollzeitjob ist. YouTube, also Content Creator halt, wie man heutzutage sagt, mit was halt noch so dazu gehört. Instagram, TikTok, YouTube-Shorts. Ich hatte auch mal drei Jahre lang einen Podcast. Und ja, das kommt dann immer so darauf an, ob ich das mit dazu sage oder nicht oder wie ich das dann formuliere. Okay, dann haben wir aber doch einen kleinen Einblick bekommen, wer du bist und was du so machst. Und vor allem auch schon die ersten kulturellen Unterschiede mitbekommen, wie die Menschen so interagieren. Du hast natürlich meine Frage direkt vorweggenommen, was hat dich denn dann in die USA gebracht? Aber ich formuliere es doch gerne mal um. Was reizt dich so oder was hat dich damals so gereizt an den USA, dass du gesagt hast, also wenn ich schon meine Komfortzone verlasse, was ich ja äußerst ungern tue, dann aber genau dahin? Also ich glaube einfach ganz viel diese Positivität und Freundlichkeit. Und ich glaube auch ganz viel, was wir gerade schon besprochen haben mit diesem Schüchternsein. Ich habe das Gefühl, dass das hier nicht so nötig ist. Also ich habe einfach das Gefühl, dass die deutsche Kultur und das ist jetzt vielleicht was, was ich jetzt speziell wahrgenommen habe. Das kann vielleicht andere Leute nehmen, das komplett anders war. Aber für mich ist es in Deutschland sehr oft, dass ich das Gefühl habe, dass Leute sich gegenseitig beurteilen und auch verurteilen. Und dass halt immer auch Sachen kritisch hinterfragt werden, die die Leute eigentlich nichts angehen. Also dass einfach so, ja, das eigene Leben, sobald man irgendwas über die eigenen Pläne erzählt oder Karriereweg oder was auch immer, dass das immer gleich so Gegenstand von Kritik wird. Und die anderen Leute haben plötzlich immer das Gefühl, sie haben jetzt das Recht, sich dazu zu äußern. Und ich glaube, solche Sachen, ich bin einfach bei sowas sehr, sehr sensibel, haben mich halt, glaube ich, früher voll oft zurückgehalten. Dass ich mich nicht getraut habe, irgendwas, auch irgendwas zu sagen alleine, nicht nur Lebenspläne, sondern auch einfach Meinungen zu teilen. Ich habe einfach das Gefühl, das alles wird in den USA viel, viel mehr unterstützt. Also es ist irgendwie eine größere Offenheit da. Und ich glaube, das hat mich teilweise, ja, da habe ich mich einfach teilweise viel wohler gefühlt. Und es hat mich halt bekräftigt darin, nicht mehr so schüchtern zu sein. Also dass ich einfach, weil ich, ich glaube, ich bin nämlich natürlich eigentlich gar nicht so zurückhaltend, wie ich früher war. Sondern ich bin eigentlich eher so, wie ich mich jetzt verhalte. Aber ich bin halt doch sehr, ja, ich bin mir halt dem immer sehr bewusst, was Leute über mich denken. Und mir war das immer sehr unangenehm, wenn ich das Gefühl hatte, dass Leute jetzt irgendwas Schlechtes über mich denken oder mich in irgendeine Schublade stecken. Und deswegen habe ich mich das halt dann hier eher getraut. Und das ganze Positive hier hat mich auf jeden Fall auch in vielen, vielen Dingen krass motiviert, bestärkt. Ich hätte, glaube ich, nie in Deutschland einen YouTube-Kanal gestartet. Aber was, was war das für eine Charaktereigenschaft? Was hat dich da zurückgehalten? Warst du ängstlich, schüchtern? Ja, Angst, schon. Also würde ich schon sagen, ich war einfach irgendwie ängstlich. Und ich glaube, ich hatte als Kind irgendwie nicht so dieses Selbstvertrauen, dass egal, wo ich hingehe, dass das schon irgendwie klappen wird. Ich hatte immer das Gefühl, alle anderen wissen irgendwas, was ich nicht weiß. Und ich weiß ja gar nicht, wie finde ich mich denn zurecht am Bahnhof. Also ich hatte wirklich so, auch das erste Mal, als ich alleine geflogen bin. Ich glaube, da war ich 17. Ich habe mich erst mal davor krass informiert, so auf welche Schilder musste ich achten. Weil ich hatte richtig Angst, dass ich irgendwo am Flughafen krass verloren gehe. Und dann irgendwie wie so ein kleines Kind irgendwo an den Schalter laufen muss. Und die Leute fragen muss, wo ich denn jetzt, wo ich das hingehen muss. Also so war ich früher. Aber das hat sich halt dann echt krass verändert. Also ich glaube, eine der ersten Veränderungen kam mit Schüleraustauschen. Also so einwöchige oder zweiwöchige. Ja. Wo du halt irgendwie noch deine Bubble hast, weil du mit den Lehrern und halt deinen Mitschülern da hinfährst. Aber trotzdem hast du dieses, dass du in einem fremden Land lebst, dass du teilweise ja auch in einer fremden Familie plötzlich lebst, dass du eine andere Sprache sprechen musst. Und vor allem, wenn du dann natürlich checkst, dass diese Angst unbegründet war oder dass du es halt am Ende doch hingekriegt hast. Ja, boostet es schon so, das Selbstbewusstsein, würde ich sagen. Und dann bin ich halt 2010 in die USA eben auch auf einen Austausch. Und ich glaube, da kam dann das zusammen, was ich gerade beschrieben habe, mit dieser amerikanischen Mentalität, wo die Leute so wahnsinnig nett zu dir sind. Und ich glaube, danach hatte ich diese Angst so ein bisschen überwunden. Aber ich hatte trotzdem nie vor, permanent auszuwandern. Und ich hatte, aber glaube ich, zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon so den Entschluss gefasst, dass ich gerne mal ein Auslandssemester in den USA machen würde. Gesagt, getan, im Rahmen ihres Bachelorstudiums in Kommunikationswissenschaften ist die Neugierde auf das typische amerikanische Collegeleben dann doch größer als die Angst. Und Feli geht für ein Semester in die Partnerstadt ihrer Heimat München, nach Cincinnati in Ohio. Nach dem Auslandssemester und einem kurzen Zwischenstopp in Deutschland macht sie da später auch noch ihren Master und lebt und arbeitet noch heute da. Unter anderem, weil sie mit viel Glück die Greencard-Lotterie gewonnen hat und damit permanent in den USA bleiben darf. Aber dazu später ein bisschen mehr. Jetzt interessiert mich erstmal, ob das Collegeleben in den USA wirklich genauso ist, wie wir uns das so vorstellen. Ist es denn im College wirklich so, wie wir das aus den Filmen kennen? Warst du auf Partys mit roten Bechern und hast mit dem... 100 Prozent. Hast mit dem, wie heißt der denn, der in dieser Football-Mannschaft der coolste... Der Quarterback? Ja, hast du mit dem rumgeknutscht? Nee, ich war aber auch vergeben, aber die roten Solo-Cups gibt es genau so und ganz ehrlich, die Partys sind genauso wie in den Filmen oder teilweise sogar noch krasser. Also machst du dann auch deinen Cack-Stand, dass du dich auf dieses Fass stellst, machst einen Handstand, diese ganzen Sachen. Das Einzige, was mich echt geschockt hat, war, dass Bierpong hier mit Wasser gespielt wird. Und zwar, ich habe es noch nie irgendwo gesehen, auf keiner Party, bei niemandem zu Hause, dass die Leute mit Bier gespielt haben, sondern in die Becher kommt immer Wasser. Wasserpong? Also ich meine, die trinken schon Bier, aber einfach, ich glaube, um Sauereien zu vermeiden, kommt immer Wasser in die Becher. Das gute Bier soll halt nicht verschenkt werden. Genau, das gute Bier in Anführungszeichen, das richtig eklige Bud Light oder Nady Light. Super spannend, weil diese kulturellen Unterschiede sind ja genau der Impuls gewesen, warum du deinen YouTube-Kanal gestartet hast, weil, so wie ich es mir vorstelle, damals, als du dann in die USA gegangen bist, einfach ja alles auf dich eingeprasselt ist. Diese ganzen, kannst du dich daran erinnern, was so dieser erste große Schock oder diese ersten großen Schocks in der Mehrzahl waren für dich, die dich überfordert haben? Also ich glaube einerseits, obwohl ich gut Englisch gesprochen habe, hast du trotzdem immer noch meine Sprachbarriere. Vor allem, wenn du in verschiedenen Umfeldern plötzlich bist, also in irgendeinem Kurs, in irgendeiner Vorlesung sitzt, wo plötzlich Fachbegriffe verwendet werden, die du halt vielleicht auf Deutsch kennst, aber nicht auf Englisch. Also du hast eigentlich ständig so Momente, wo, also ich glaube, ich habe in den ersten paar Monaten nie immer alles verstanden. Du reimst dir halt viel zusammen, du lernst dann halt viel. Zum Beispiel, wenn zum Beispiel Witze gerissen wurden oder so, da habe ich meistens den Witz nicht gecheckt, weil das halt dann irgendwelche popkulturellen Referenzen sind, weil das irgendein Slang ist, weil das irgendein Wortwitz ist, den man nicht versteht oder so. Man hat ja auch voll viel Kultur von dem Land nicht mitbekommen. Und dann waren es aber auch so Sachen wie halt, wie finde ich jetzt ein Zimmer, wie funktioniert das mit der Miete? Was am Anfang echt kompliziert war und mich total überrascht hat, war Online-Banking in den USA. Das ist komplett hinterher im Vergleich zu Europa, das hätte man wirklich gar nicht gedacht. Also ich habe am Anfang meine Miete per Scheck bezahlt und der eine Vermieter wollte, dass wir es immer per Post ihm, den Scheck ihm per Post schicken. Wo ich dachte, wo bin ich denn jetzt gelandet? Bitte bar in durchnummerierten Scheinen. Ja, ich habe auch wirklich meine Miete, also ich habe alle Leute gefragt, so hey, ist das normal? Ist das schwarz gilt? Ist das illegal? Und also, nee, nee, das ist voll normal, was Miete angeht. Ja, und eben ganz viel Kultur im Sinne von Freunde finden, sozialer Umgang. Ich habe mich voll angepasst, was so SMS schreiben und so Sachen angeht. Es ist ja auch in den USA, benutzt man auch keine WhatsApps, werden SMS geschrieben und keine Smiley's benutzt oder ganz, ganz wenig. Ja. Und einkaufen gehen und so oder tanken, wie das halt funktioniert. Hier musst du halt immer vorher zahlen und die meisten Leute zahlen mit Kreditkarte. Dann musst du auch gar nicht in dieses Tankhäuschen reingehen, sondern machst es halt direkt an der Zapfsäule. Aber du musst halt erst die Kreditkarte reinstecken. Das muss man auch erst mal wissen und checken oder da jemanden haben, der das einem kurz erklärt. Beim Einkaufen genauso, so ein bisschen so diese Etikette. So, wie funktioniert denn das genau bei diesen Self-Checkout-Dingern, die es halt hier überall gibt oder auch beim normalen Checkout. Dann gibt es da einen, der das für einen einpackt. Dann gibt es irgendwelche Coupons, die man verwenden kann. Dann fragen sie einen, ob man irgendwas spenden will. Dann hat man eine Mitgliedskarte, die muss man irgendwo am richtigen Ding scannen. Also das sind natürlich alles Sachen, die hat man halt davor einfach noch nie gemacht. Man muss aber nochmal lernen, wie man ein Erwachsener ist in diesem neuen Land, weil einfach so ganz banale Dinge plötzlich anders sind. Alles aber auch Sachen, die man im Urlaub ja auch hat. Also wenn wir jetzt nicht vom Auswandern sprechen, sondern vom Reiseziel USA, ist es ja genau das Gleiche. Ich gehe ja einkaufen, ich muss eine Tür aufmachen. Ich gehe, wie du jetzt gerade gesagt hast, auch des Öfteren mal auf Toilette. Was hat das mit der Toilette auf sich? Ja, es gibt einfach ganz viele verschiedene Arten, wie Klos hier abgesperrt werden. Und teilweise ist es einfach, es gibt ja hier Türknaufs. Und also jetzt, wenn man bei einem Klo bei jemandem daheim ist, dann ist es halt meistens nur so eine normale Zimmertür mit so einem Türknauf. Und da gibt es dann entweder so Knöpfe, die man in der Mitte reindrücken muss. Oder, und das habe ich eben ewig nicht gecheckt, da ist manchmal nichts. Also da ist nichts, wie man absperrt. Da muss man den Türknauf reindrücken und zudrehen. Also der Türknauf ist gleichzeitig auch das Schloss. Fallen dir denn diese Unterschiede heute nach sechs, sieben Jahren immer noch so extrem auf wie damals oder? Also schon weniger auf jeden Fall. Ich glaube auch vor allem, auch was so Kleinigkeiten angeht, wenn jetzt inzwischen Deutsche mich besuchen, habe ich das Gefühl, ich muss mich ein bisschen mehr anstrengen, um mich jetzt nochmal genau daran zu erinnern, worauf muss ich die jetzt genau vorbereiten. Weil das versuche ich immer, wenn ich irgendwie Amerikaner in Deutschland treffe oder begleite und Deutsche hier begleite, dann versuche ich natürlich irgendwie so denen so viel mitzugeben wie möglich und so viel wie möglich vorher schon zu erklären, damit die eben nicht irgendwie sich lost fühlen oder das Gefühl haben, sie sind irgendwie zu blöd für irgendwas, weil ich finde, das gibt es nicht. Was ich aber halt inzwischen dann jetzt viel merke, ist, wenn ich in Deutschland bin, wenn ich neue Leute kennenlerne, das ist für mich manchmal anstrengend, weil ich dann inzwischen versuche, wie ich es auch in den USA machen würde, ganz freundlich auf Leute zuzugehen. Jetzt nicht wahnsinnig überzogen, weil auf Deutsch schraubt man da eh nochmal ein paar Stufen runter. Aber da kommt dann oft nicht das Gleiche zurück und das finde ich dann oft manchmal so ein bisschen, was ist da das richtige Wort dafür? Einfach, ich finde es schade oder es überrascht, es trifft mich so ein bisschen unvorbereitet dann manchmal, wenn ich das Gefühl habe, ich gehe mit ganz viel Offenheit und Interesse auf eine andere Person zu und die gibt mir aber halt nur so dieses, ja, typische halt irgendwie skeptischer Blick und ja, und wer bist du? Und fragt dann, stellt vielleicht auch irgendwie keine Rückfragen oder fragt dann halt irgendwie nur was ganz Kritisches über die USA. Das habe ich dann halt auch oft, dass das dann halt heißt, ja und wo wohnst du? Ja, in den USA und dann kommt halt irgendwie nur so ein bisschen so, ah ja, das ist aber schon schwierig da, oder? Das da würde ich ja nicht hinziehen und dann, oder halt irgendwelche Trump-Sachen, was ich ja alles komplett nachvollziehen kann. Aber das ist dann halt oft so das Erste und dann habe ich ja dann auch oft so das Gefühl, okay, ich fühle mich direkt schon wieder irgendwie, als wüsste ich mich hier rechtfertigen, warum ich da lebe. Das ist tatsächlich in den letzten Jahren was, was mir immer wieder aufgefallen ist. Spannend, dass du das aus der Sicht so berichtest, weil wenn ich Amerikanerinnen und Amerikaner treffe, erlebe ich das aus deutscher Sicht sozusagen, dass ich mir denke, es ist mir zu oberflächlich und es ist mir too over the top mit der Laune und so, das, was du gerade so beschreibst. Spannend, wie man sich auch verändert, wenn man länger in einer Kultur halt auch lebt. Das war ja bei mir ganz genau auch so, also deswegen konnte ich es mir auch nie vorstellen, hier zu leben. Und ich glaube, irgendwie während diesem Auslandssemester habe ich so ein bisschen irgendwie die Kultur verstehen gelernt, weil es gibt ja ganz offensichtliche kulturelle Unterschiede und dann gibt es irgendwie so diesen nächsten Schritt, wo man diese kulturelle Sprache irgendwie sprechen lernt quasi, in Anführungszeichen, wo man irgendwie versteht, okay, was meinen die denn damit, wenn sie so over the top irgendwie was sagen? Was ist denn da der Subtext genau? Oder was sind da die verschiedenen Nuancen? Und irgendwann checkt man ja auch so dieses over the top, das ist einfach das Äquivalent zu halt viel weiter unten in Deutschland. Das habe ich jetzt irgendwie mit Handgesten, ist jetzt für einen Podcast nicht ganz so ideal, das so zu beschreiben. Also man sagt auch zum Beispiel, wenn man in Deutschland sagt, das war nicht schlecht, würde man in den USA sagen, that was awesome. Also da verschiebt sich halt einfach so ein bisschen diese Übersetzung und das muss man quasi kulturell für sich mit übersetzen. Man kann nicht sprachlich alles eins zu eins übersetzen und eben auch so Verhaltensweisen muss man anders interpretieren, anders einordnen. Und das habe ich halt erst dann auch nach ein paar Monaten so ein bisschen gelernt. Und sobald ich das irgendwie gecheckt hatte, sehr lieben gelernt. Und als ich das dann irgendwie hatte, fand ich es dann toll. Also inzwischen kann ich das einfach besser verstehen, übersetzen, genau. Natürlich gibt es immer noch die paar Amis, die mir auch too much sind. Aber es gibt auch genauso gut die Deutschen, die mir too grumpy sind. Also das gibt es auch alles. Es ist eben nur so, dass ich gelernt habe, nicht jeder, der fake wirkt auf einen Deutschen, ist eben fake. Das ist einfach hier die Kultur. Das gehört einfach dazu so ein bisschen. Womit wir schon bei einem schönen Vorurteil wären, mit dem du auch, mit dem wir an andere Kulturen rangehen. Amerikaner sind alle over the top. Hat sich in deinem Fall nicht unbedingt bestätigt. Hast du noch so ein Vorurteil, was du hattest, wo du sagst, das kann ich gar nicht bestätigen? Boah, da muss ich jetzt kurz überlegen, weil viele Sachen haben sich schon auch bestätigt. Die darfst du uns auch gerne erzählen. Also Waffenkultur zum Beispiel hat sich sehr bestätigt. Aber also zum Beispiel das mit der Bildung, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil ich glaube schon, dass viele Deutschen Vorurteile haben, dass Amerikaner sehr ungebildet sind oder zumindest sehr USA-zentrisch aufwachsen. Und das stimmt schon in vielen Bereichen, würde ich sagen. Aber je nachdem, in welchen Blasen du dich so aufhältst, triffst du auch wahnsinnig gebildete Amerikaner. Also ich habe so viele Amerikaner auch getroffen, die sich mit zweiten Weltkriegsthemen so viel besser auskannten als ich. Und ich glaube allgemein, das ist jetzt aber wieder ein Klischee, was ich dann wieder bestätige, dass die USA ist halt einfach das Land der Extreme. Und ich habe genauso gut auch ungebildete Amerikaner kennengelernt, die halt nicht mal vielleicht wissen, was ist der Unterschied zwischen Austria und Australia. Halt so diese Klassiker, das gibt es halt wirklich. Oder nicht so richtig wissen, wenn ich halt sage, ich komme aus Deutschland oder ich komme aus München und dann im nächsten Satz erwähne ich irgendwie Bayern. Dann wissen die jetzt auch nicht so, ach, das ist, also da muss ich erst mal erklären, dass halt Bayern ein Teil von Deutschland ist und so. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Ich finde auch, sowas muss man vielleicht nicht immer wissen. Die Amerikaner bekommen halt wirklich auch in ihren Medien wahnsinnig wenig von internationalen Konflikten, also in der International Affairs und sowas mit. Also es wird halt einfach viel über nationale Politik geredet. Und auch Europa wird ja dann meist auch verallgemeinert. Das ist so die Old World. Das ist halt da, wo unsere Vorfahren herkommen. Denn das ist irgendwie, Europa an sich wird oft so als Land mit mehr Kultur halt natürlich wahrgenommen. Mit mehr Geschichte ist ja auch so, zumindest westlicher Geschichte. Wird halt oft auch, da sind die alle linkspolitisch, da ihr habt eh alle Sozialismus, wird oft verallgemeinert. So, weiß schon, solche Vorurteile hat man da manchmal. Ich glaube, das mit dem Europa ist aber auch so ein Ding, die haben ja in Amerika ganz andere Urlaubstage als wir. Und was ich beim Reisen durch Europa erlebe, ist, wenn ich Amerikaner treffe, dass sie nach Paris, nach Prag fahren und dann noch Berlin mitnehmen. Und also, dass die wirklich einen Europaurlaub machen, weil sie da nur einmal hinfahren. Und dann klappern sie einmal gefühlt in Anführungsstrichen alles ab. Also ein Quadratmeter von jedem Land und dann fahren sie wieder zurück aufgrund der Strecke und aufgrund der begrenzten Zeit. Ja, also was ich auch komplett überraschend fand am Anfang. Also nicht nur, wie viele Amerikaner nicht mal einen Reisepass besitzen. Ich glaube, das ist irgendwie fast die Hälfte oder so. Sondern auch das, also für mich, über den Atlantik zu fliegen, war immer so, das lohnt sich ja. Für eine Woche lohnt sich das gar nicht. Also wenn man schon rüberfliegt, dann bleibt man auf jeden Fall zwei, drei Wochen mindestens. Und ich glaube, die meisten Deutschen würden das genauso sehen. Wohingegen für einen Amerikaner, ich habe so viele getroffen, die irgendwie mal so für fünf Tage oder so in Europa waren. Aber das ist für die erstens normaler, weil sie die Strecken gar nicht so krass als so krass wahrnehmen. Weil man ja auch innerhalb des Landes schon so 20 Stunden durch einen Bundesstaat fahren kann oder so. Und das machen die ja auch teilweise. Also zum Beispiel hier in Ohio ist es komplett normal, dass Familien nach Florida in Urlaub fahren mit dem Auto. Und da fahren die halt, ich weiß es jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall einen ganzen Tag und eine Nacht oder so. Also meistens mit Zwischenstopp halt. Aber das ist so ganz normal. Und viele Leute fahren ja auch so zwei Stunden in der Früh zur Arbeit und dann wieder zwei Stunden nach Hause. Das ist auch ganz normal. Aber gleichzeitig ist es eben auch, weil man halt diese wenigen Urlaubstage hat. Also so zehn Urlaubstage im Jahr ist so, glaube ich, Durchschnitt. Also so vor allem als Berufseinsteiger. Manchmal arbeitet man sich dann mehr Urlaubstage, je länger man in dem Job ist. Und dann sind halt fünf Tage in Europa auch. Also mehr kannst du dann auch gar nicht machen. Teilweise, wenn du dann noch irgendwie dir zu Weihnachten freinehmen willst oder so, dann kannst du halt auch nicht länger. Ja. Das fand ich auch damals, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, hä, das lohnt sich doch gar nicht. Da fange ich doch gar nicht erst an, für fünf Tage darüber zu fliegen. Aber das müssen die teilweise. Ja. Jetzt hast du gerade schon ein Vorurteil genannt oder Vorurteil, weiß ich gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber eine Annahme, die Amerikaner treffen über Deutschland, die eigentlich so gar nicht richtig ist. Ich glaube, das haben viele von uns auch schon erlebt, dieses Deutschland, FC Bayern und einfach Bayern mit Deutschland gleichzusetzen, weil es einfach so bekannt ist, aufgrund nicht nur des Fußballs, sondern auch einiger Automarken. Deswegen, gibt es noch was, was dir einfällt, was die über Deutschland denken, was so nicht stimmt? Was denken Amerikaner? Was nicht stimmt? Ja, was denken Amerikaner über uns, was so überhaupt nicht stimmt? Ich würde mal sagen, so eine der ersten Sachen, die ich immer entgegen, also die mir gesagt wird, ist eigentlich auf jeden Fall Fußball und Bier, aber ich würde sagen, die stimmen ja beide Sachen. Genau, deswegen. Vielleicht gibt es sowas ja auch gar nicht. Ich habe mich das gefragt. Doch, bestimmt. Also okay, es gibt auf jeden Fall Annahmen, die die haben, die nicht stimmen. Zum Beispiel glauben viele Amerikaner, dass das Oktoberfest ein Feiertag ist in Deutschland. Also so ein kultureller Feiertag wie Halloween oder sowas. Ansonsten halt natürlich das deutsche Schreien und halt Hitlerreden. Aggressiv sprechen. Ja, also ganz genau. Also halt so diese Hitlerreden haben halt die meisten irgendwann mal im Unterricht sich angeschaut oder auch andere historische Reden, wo halt so ins Mikrofon geschrien wurde und das R so gerollt wurde und so weiter. Also oft, wenn ich halt geredet habe dann, weil ich mit einem anderen Deutschen irgendwie zusammen war, also anderer Austauschstudent oder am Telefon oder so, habe ich dann oft so als Feedback bekommen, ah, das klang ja voll lieb. Also dann haben sie erst gar nicht gecheckt, dass das jetzt gerade deutsch war und sind dann ganz überrascht, dass das so harmlos und weich geklungen hat. Mehr fällt mir jetzt gerade echt nicht ein, aber es gibt bestimmt noch was. Das ist ja kein Problem. Aber wie schön. Dann vermittelst du da auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Bild von uns da drüben. Ich versuch's. Ach, herrlich. Wir könnten ja auch Stunden und Podcast-Folgen voll füllen mit deinen Geschichten, mit deinen kulturellen Unterschieden, die du auf YouTube teilst, die du auch hier in Geschichten teilst. Ich würde aber gerne nochmal spezieller auf das Land USA eingehen und auf unsere Kernfrage, wie reist du vorher allerdings nochmal einen ganz kurzen Abstecher zum Auswandern machen? Deine ganze Geschichte hast du ja schon ein bisschen angeteast, kriegen wir hier nicht unter. Die war ja voll mit einem Austausch, mit Student sein, mit Jobs sich besorgen und so in die USA nochmal rüber. Dann mit der Green Card. Also wer sich das mal anschauen möchte, was es da für eine Möglichkeit gibt, die du gegangen bist durch tausend Umwege und Glück und keine Planung, kann das bei YouTube auch mal gerne tun. Aber was würdest du denn Menschen raten, die jetzt vielleicht auch den Traum vom Auswandern haben? Auswandern in die USA jetzt speziell oder generell? Ganz speziell in die USA. Es sei denn, du sagst jetzt, du kannst das generalisieren. Also ansonsten hast du ja die Erfahrung USA gemacht. Ja, ich glaube USA ist wirklich so das erste Ding, wie kommt man hier überhaupt her? Weil die machen das gar nicht leicht. Und am allerbesten ist es eigentlich, wenn du schon in Deutschland einen Arbeitgeber hast, der halt einen USA-Standort hat oder irgendeine andere internationale Firma, für die du eh schon arbeitest, die dich eben rüberschicken kann. Das ist relativ unkomplizierter noch. Dann heiraten. Also ein Amerikaner heiraten ist auf jeden Fall der einfachste Weg, würde ich sagen. Aber natürlich geht es nur, wenn die Beziehung echt ist, weil die sind auch wahnsinnig penibel, was das alles angeht. Dann brauchst du irgendwelche eidesstaatlichen Erklärungen von deinen Verwandten, dass die Beziehung halt echt ist, Fotos von Weihnachten, dass ihr Weihnachten zusammen gefeiert habt und so weiter. Also musst du dann wirklich alles ganz penibel nachweisen, dass diese Beziehung wirklich echt ist, weil es, glaube ich, relativ oft vorkommt, dass halt sowas ausgenutzt wird und halt nur aus Zweck geheiratet wird. Und das soll natürlich nicht passieren. Aber wie gesagt, die sind einfach auch wahnsinnig streng in den USA. Und dann gibt es halt zum Beispiel die Green Card Lotterie, die habe ich gewonnen. Da hatte ich halt auch wahnsinnig Glück. So das sind die Hauptdinger, wie man überhaupt in die USA kommt. Und wenn man halt noch jung ist, ist zum Beispiel Student, also Austauschsemester oder Austauschjahre sind auf jeden Fall relativ leicht. Man kann natürlich auch immer noch später im Leben studieren. Also das heißt jetzt gar nicht, dass es nur auf die Anfang 20er beschränkt ist, aber das ist schon eine sehr gute Zeit, um sowas anzugehen. Oder als Au-pair zum Beispiel. Das machen auch viele Leute. Das ist halt auch die Frage, ob man das dann irgendwann später im Leben nochmal machen möchte, dass man da bei einer Familie wohnt und auf deren Kinder aufpasst und irgendwie 200 Dollar Taschengeld kriegt. Na pass mal auf, meine Mutter hat Granny Au-pair in den USA gemacht. Es gibt ja, du kannst ja auch Großmama sein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit dann. In einer deutschen Familie tatsächlich auch, weil die Sprachbarriere einfach zu hoch ist in der Kommunikation, im Tagesablauf sozusagen. Aber wie mutig, oder? Also in einem bestimmten Alter dann noch in so ein wildfremdes Land zu gehen, wo wirklich alles anders ist. Und dann auch noch Kinder zu hüten, Auto zu fahren und also diese Riesenbrecher da. Ja, also es gibt diverse Möglichkeiten, wenn wir jetzt mal vom Auswandern wegkommen, zum längeren Aufenthalt sozusagen in dem Land. Und was ja dann auch schon hilfreich ist, um die Kultur nochmal mehr kennenzulernen als im Urlaub. Ja, das Ding ist halt, viele Leute denken, sie können sich einfach einen Job suchen und dann kriegen sie schon eine Arbeitserlaubnis. Und das ist halt echt ein bisschen schwierig in den USA leider. Viele Auswanderer nehmen dann natürlich erstmal den nächsten Schritt und schauen sich erstmal das ganze Land an und entscheiden sich dann, in welchen Bundesstaat sie ziehen wollen oder in welche Stadt. Und da hat man natürlich wahnsinnig viele Optionen und kann sich da eigentlich genau den richtigen Ort in den USA, glaube ich, aussuchen, der für einen perfekt passt. Also man kann ja hier sämtliche verschiedene Landschaften sich aussuchen, ob man in den Bergen leben will oder am Strand, ob man im Kalten oder im Warmen, trocken, schwül, also du kannst ja wirklich alles haben. Also politisch kann man sich das auch so ein bisschen aussuchen, obwohl es natürlich auf jeden Fall schwierig ist in dem Land, weil es sehr gespalten ist, aber du kannst ja zumindest dann aussuchen, ob du halt eher in einen Bundesstaat ziehen möchtest, wo es halt eher in die eine oder eher in die andere Richtung geht. Da hast du uns aber noch eine gute Überleitung jetzt gerade geboten und schon mal das schöne Land USA beschrieben. Welche Ecken hast du denn schon gesehen als Auswanderin, aber ja auch als Reisende in den USA? Ich habe schon relativ viel gesehen, also Ostküste, Westküste, halt nicht alles. Also ich war zum Beispiel noch nie in Oregon oder in Washington State, aber ich war in Kalifornien. Ich war in Nevada, Utah, Arizona, also diese ganzen National Parks habe ich halt gemacht, so Grand Canyon und so. Also das ist aber jetzt auch schon eben ewig her, da war ich, also das muss ich unbedingt mal wieder machen. Aber wenn man dann hier so sein Leben hat, dann ergibt sich das immer gar nicht so leicht, weil das halt ein ganz schön aufwendiger Urlaub ist, nämlich auch ganz schön weit von hier. Also das ist fast genauso aufwendig, wie wenn man das aus Deutschland planen würde. Und dann halt alles, was hier in der Nähe ist, also wo ich jetzt bin, da ist man zum Beispiel innerhalb von fünf, sechs Stunden mit dem Auto in Chicago oben, was für amerikanische Verhältnisse ja quasi ein Katzensprung ist. In Michigan, also Lake Michigan auch, da gibt es ganz geile Strände und Urlaubsorte und so. Wenn man südlich fährt, dann ist man relativ schnell in Tennessee und in Nashville zum Beispiel. Da war ich halt irgendwie an den Niagara-Fällen zweimal, also auch in Kanada schon öfter. Da gesagt mir dann immer, bei den Niagara-Fällen ist die kanadische Seite die bessere. New York, Boston, mein Papa und mein Bruder sind wir dann damals nach meinem Master-Abschluss, den ich dann hier irgendwann nochmal gemacht hatte, sind wir dann einen ganzen Teil der Ostküste einfach runtergefahren. So von, ich glaube, South Carolina dann bis halt nach Orlando runter, nach Florida. Und es war auf jeden Fall sehr geil, da die ganzen Sümpfe und so zu sehen. Schön. Gibt es was, was total überbewertet ist, wo du sagst, da war ich, also das müsst ihr euch nicht antun, dann doch lieber was anderes? Boah, ist eine gute Frage. Ich überlege halt so, was... Endlich, nach einer Stunde 50 eine gute Frage gestellt. Du hast schon sehr viele gute Fragen gestellt. Gott sei Dank. Das sollte jetzt eher heißen. Ich habe keine Antwort darauf. Naja, L.A. zum Beispiel ist auf jeden Fall anders, als viele Leute sich das vorstellen, würde ich jetzt mal sagen. Inwiefern? Es ist sehr dreckig, es ist sehr Ghetto auch, also sehr viel Armut. Und gar nicht so eine Stadt, also man muss da wahnsinnig weite Wege immer zurücklegen. Also natürlich, wenn man da so an diesem Hollywood-Boulevard ist oder so, dann kann man da schon laufen. Aber ansonsten ist die Stadt halt wahnsinnig weitläufig, wie halt viele amerikanische Städte sind. Also es ist ganz anders als New York. Es ist gar nicht, dass man da zu Fuß gut unterwegs ist, sondern da braucht man am besten ein Auto oder man muss halt irgendwie die ganze Zeit mit dem Bus fahren oder so, was halt auch nicht so normal ist. Busfahren allgemein in den USA hat eher immer so eine Armutskonnotation, dass dann da viele Drogenabhängige im Bus sind und so. Also es kommt halt auch so ein bisschen darauf an, was man da so sieht. Aber zum Beispiel auch so Venice Beach oder sowas. Also das kennt man vielleicht auch von Aufnahmen. Da sind ja dann überall diese Obdachlosen, die da zelten am Strand und so. Also es hat schon gar nicht so viel Glamour eigentlich. Ansonsten, ja Niagara-Fälle muss ich sagen, da war ich jetzt schon zweimal. Ja, kann man machen. Also ich fand es schon ganz cool, kurz zu sehen, aber es war jetzt nicht das Geilste, fand ich. Also weil ansonsten ist es um die Niagara-Fälle einfach nur so, zumindest auf der kanadischen Seite. Ich glaube, ich war noch nie auf der amerikanischen Seite. Da ist halt einfach so ein Ort, der schaut aus wie so ein, eigentlich wie ein Vergnügungspark, also komplett künstlich aufgebaut. Ich habe es mir auf jeden Fall früher immer so ein bisschen mehr naturbelassen vorgestellt. Und das ist es natürlich auch, aber halt so alles drumherum ist halt abgezäunt und dann musst du halt auf deine Bootstour. Und da kannst du dann halt irgendwie zwischen zwei verschiedenen Anbietern auswählen oder so. Und dann hast du halt da deine Standard-Bootstour mit deinem roten Regen-Cape und so, wo halt jeder schon mal das Foto gemacht hat. Also es ist halt irgendwie so ein bisschen, man wurde so abgefertigt. Man hatte jetzt gar kein Naturerlebnis, fand ich. Ansonsten, ich bin jetzt zum Beispiel nicht der allergrößte Fan von New York, aber das ist halt komplett typabhängig. Mir ist New York einfach ein bisschen zu groß und ein bisschen zu busy und stressig. Ich liebe zum Beispiel Chicago. Also ich finde, die beiden Städte sind sehr ähnlich. Die sind beide groß und haben eine große Skyline und haben irgendwie diesen Großstadt-Vibe und so. Aber ich finde, ich mag Chicago einfach ein bisschen lieber. Das ist ein bisschen entspannter. Es ist eben auch so ein bisschen mehr mittlerer Westen-Vibes. Und es hat auch direkt am Wasser. Also in New York ist es natürlich auch direkt am Wasser. Aber Chicago hat halt auch dann irgendwie direkt so einen Strand in der Stadt drinnen. Das ist so ein bisschen so mein Tipp, wenn man sich noch entscheidet und lieber nicht so auf so super busy steht. Da kann man sich auch mal Chicago überlegen. Ein kleiner Einblick in ein sehr, sehr großes Land, den uns Feli da gerade gegeben hat. Wenn ihr euch da nochmal näher einlesen wollt in mögliche Urlaubsziele für euch, zum Beispiel in Kaliforniens Küste, in die schönsten Roadtrip-Routen oder die Möglichkeiten, New York City günstig zu erleben, dann findet ihr ganz viele Reiseinfos und inspirierende Artikel auch bei uns auf reisereporter.de. Den Link zu unserer USA-Themenseite, den packe ich euch mal mit in die Shownotes dieser Folge. Dann müsst ihr da gar nicht lange suchen. Dann lass uns doch einmal nochmal zur Kernfrage unseres Podcasts kommen hier. Wie reist du denn eigentlich am liebsten? In den USA ist ja jetzt das Land der Roadtrips, habe ich so das Gefühl. Da kannst du ja mit dem Motorrad durch, mit dem Wohnmobil. Jonas Deichmann, den wir hier auch im Podcast zu Gast haben, ist auch durchgerannt durch die USA. Auch das ist möglich. Das ist crazy. Du, wenn du Lust hast, mal eben von Ost nach West, gar kein Problem. Das überrascht mich tatsächlich, weil so selbst für Spaziergänger ist das Land ja gar nicht so freundlich. Deswegen frage ich mich, wie er das sicher gemacht hat, weil hier gibt es ja voll oft nicht mal Gehwege auf normalen Straßen. Da darfst du gerne in die Folge mal reinhören. Ja, muss ich machen. Er hat es auf jeden Fall überlebt. Wie ist denn deine Art des Reisens? Ja, also innerhalb der USA auf jeden Fall Auto oder halt Fliegen. Das sind eigentlich so die zwei Hauptdinger. Von hier nach New York kannst du fahren. Das machen auch viele Amerikaner. Also wie gesagt, die haben ja auch gar keine Hemmschwelle, was irgendwie 20 Stunden Fahrten angeht. Aber kannst auch genauso gut fliegen. Und das ist aber dann auch teilweise halt alles echt teuer. Also so diese Billigflüge, die es in Europa ja auch inzwischen nicht mehr so krass gibt. Oder? Also nicht so krass, wie es mal war. Man hofft es immer und es gibt es noch viel zu billig. Okay. Naja, auf jeden Fall. Hier zahlst du halt für einen Roundtrip jetzt auch von hier nach New York, was halt irgendwie so eineinhalb Stunden Flug ist oder so. Also zahlst du auf jeden Fall mindestens 300, 400 oder so. Also das ist alles teuer. Wobei halt natürlich Benzin billig ist. Das ist dann wieder das Ding. Deswegen rentieren sich auch Roadtrips mehr hier. Wäre das denn so eine Art, wie du mal reisen wollen würdest oder bist du auch gar nicht der Typ für Wohnmobil, Fahrrad, Motorrad? Es gibt Menschen, die durchqueren Länder mit dem Fahrrad. Ich habe davon gehört. Das ist crazy. Das wäre gar nicht mein Ding. Also ich liebe zwar Fahrradfahren und ich vermisse das auch voll hier, weil das hier nicht so richtig möglich ist auch und einfach keiner macht. Und deswegen würde ich es jetzt auch nicht unbedingt anfangen wollen. In München fahre ich eigentlich nur mit dem Fahrrad am allerliebsten. Aber jetzt so mit dem Fahrrad durchs ganze Land, wo man dann das ganze Gepäck dabei haben muss und so. Ja, ich glaube, da bin ich ein bisschen zu verwöhnt dafür. Roadtrips finde ich auf jeden Fall mega geil. Auch so Vanlife, was du jetzt machst, könnte ich mir auch. Also langfristig weiß ich nicht, ob ich es mir vorstellen könnte inzwischen. Aber auf jeden Fall so als Urlaubsart, wie man sich Orte anschaut, auf jeden Fall. Wohnmobil ist, glaube ich, auch so ein Kindheitstraum von mir. Aber inzwischen habe ich so viele Horror-Stories über Wohnmobile gehört, dass Wohnmobile sehr unsicher sind. Es kommt auf den Menschen an, der am Steuer sitzt, glaube ich. Bestimmt. Ich weiß auch nicht, ob sich das auf alle bezieht oder nur auf diese XXL-amerikanischen Wohnmobile, wo du drei Zimmer quasi drin hast. Und ja, deswegen, das habe ich mir früher mal überlegt, ob man das irgendwann mal macht, so wenn man älter ist. Aber aktuell bin ich da so ein bisschen von weg. Du bist gerade sehr deutsch. Du bist sehr verkopft gerade. Ja, sterben würde ich voll gerne nicht. Also das ist so das Einzige. Das ist mein Limit. Das würde ich gerne vermeiden. Das ist unser aller Limit. Aber ne, auf jeden Fall Roadtrips durch die USA sind schon sehr geil, muss ich sagen. Also das ergibt sich auch oft einfach mal so, wenn man irgendwo hin muss. Also zum Beispiel arbeitstechnisch bin ich jetzt auch schon öfter nach Chicago und so. Dann sagt man auch so, ja cool, wir machen einen Roadtrip draus. Ist eh einerseits billiger, ist irgendwie praktischer, man ist flexibel. Man hat gleich sein ganzes Auto halt dabei. Kennst du ja. Also man muss sich halt nicht beschränken auf, wie viele Kameras und Lichter kann ich in mein Handgepäck kriegen. Sondern man hat halt dann irgendwie gleich so ein ganzes Ding dabei. Und das ist bei den Amis ja eh so ein Ding. Also die Autos hier sind teilweise so, ich will nicht sagen voll gemüllt, aber obwohl die Leute gar nicht in Urlaub fahren aktuell, sondern halt nur ganz normal ihren Alltag hier leben, sind deren Autos teilweise eine Extension von ihrem Haus. Also da sind halt irgendwie mehrere Lagen Klamotten drin, irgendwelche Notfallreserven, was Essen angeht, alter To-go-Kaffee. Aber es gibt halt auch voll viele Leute, die dann halt wirklich so ihre Tupper waren im Auto. Während sie halt fahren, essen sie halt so ihre aufgewärmten Nudeln oder so. Ich hätte es letztens gerne gehabt. Ich stand im Elbtunnel im Traktorstau fünf, sechs, sieben Stunden davor. Da wurde es schon nötig. Ja, mit dem Essen und der Toilette. Aber wenn du Roadtrips so gerne hast, gibt es noch was, was unbedingt auf unsere Bucketlist gehört, wo du sagst, das will ich unbedingt noch sehen in den USA, bevor ich eventuell dann nächstes, übernächstes Jahr dann doch Richtung Deutschland mal kurzfristig den Weg antrete? Schon viel. Also es ist sehr viel auf meiner Bucketlist. Ich war noch nie in Texas zum Beispiel. Das ist nur so ein Ding, da weiß ich gar nicht unbedingt, ob ich das dann so geil finde, aber ich will da einfach unbedingt mal hin, weil ich da halt noch nie war. Und weil Texas halt schon nochmal so ganz speziell ist. Und was so Städte angeht, die so im Hype sind, ist zum Beispiel Austin, Texas, ist aktuell ganz groß im Hype. Und Colorado war es ewig lange, also Colorado als Bundesstaat einfach so, Denver ganz viel, aber auch andere Orte dort. Genau, deswegen Texas. Dann war ich noch nie in Oregon, da würde ich unbedingt gerne mal hin. Ist so spannend, wie du in Staaten denkst und der Urlauber wahrscheinlich in Sehenswürdigkeiten. Ja, Portland, Oregon. Aber Oregon hat halt geile so Landschaften und das würde ich einfach voll gerne mal sehen. Lass mich überlegen. Oh, New Orleans war ich auch noch nie. Ich glaube, das sind so die Hauptorte, wo ich unbedingt noch hin möchte. Das Land hat einiges zu bieten. Wir merken es auf jeden Fall. Ganz viel. Kulturell, aber auch landschaftlich. Und ich finde es so schön, dass du uns da heute so mitgenommen hast in beide Seiten und dass du deine ganzen Erfahrungen und Geschichten mit uns geteilt hast, die wir könnten, glaube ich, Stunden und Monate weiter quatschen. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig mit mir. Ich habe immer sehr viel zu sagen. Naja, du erlebst aber ja auch sehr viel und es ist ja auch einfach ein sehr, sehr schönes Thema, was du dir daraus gepickt hast, weil es uns ja auch die Augen öffnet einfach für den Gegenüber und man im Urlaub ja oft diese ganzen Einblicke, die du jetzt gerade beschreibst, gar nicht so tief bekommt. Also vielen lieben Dank, dass du uns da mit reingenommen hast. Ja, danke, dass ich das lachen durfte. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und wir hören uns ja sicherlich bald auch nochmal wieder. Sehr gerne. Ach, wie schön. Mein Fernweh ist auf jeden Fall geweckt. Ich hoffe, eures auch. Wenn ihr mehr von Feli wissen wollt, dann schaut mal in die Folgenbeschreibung. Da packe ich euch die Links zu ihren Kanälen rein, vor allem zu YouTube. Feli's Videos zu den kulturellen Unterschieden, die kann ich euch echt empfehlen. Da lernt man immer eine ganze Menge dazu. Apropos eine ganze Menge. Wow, jetzt kommt eine Überleitung. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr unserem Podcast eine ganze Menge Sterne schenken würdet. Fünf am besten. Alles andere würde ich persönlich nehmen. Bewertet, wie reist du unbedingt in der Podcast-Plattform eurer Wahl und empfehlt den Podcast weiter. Und wenn ihr Menschen kennt, die ihre Geschichte oder ihre Abenteuer hier unbedingt erzählen sollten, dann schreibt mir auch gerne mal über reisereporter.de slash podcast könnt ihr das machen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt, in einer neuen Folge Wie reist du?